Hi Leute, herzlich willkommen zu dieser kleinen Livestream-Ankündigung und zwar heute Abend 20 Uhr geht es wieder los. Ich werde ein bisschen Livestreamen, wir schauen mal was wir spielen werden. Ich bin noch etwas planlos, weil mehreres auf dem Programm steht. Ich überlege, ob ich den FarmExperte 2016 streamen werde. Aber da habe ich so meine Probleme, das spiele ich dort bei mir ständig ab oder hängt sich auf. Ich weiß noch nicht so richtig, was da los ist. Oder ob Minecraft Infinity eben kommt oder ob wir dann im Anschluss noch ein bisschen CSGO spielen. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht so richtig, aber so in die Richtung wird es auf jeden Fall gehen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mit dabei seid. Und ja, möchte einfach auch nochmal Danke sagen für alles. Gerade so für die letzten Streams und so weiter. Für die ganze liebe Unterstützung, für die ganzen vielen Menschen, die immer dabei sind. Also die letzten Streams waren mit 300 Zuschauern, waren absolut mega gewesen. Und ich finde es echt klasse, so viele Menschen unterhalten zu können. Oder beziehungsweise hoffe es auch, diese Leute zu unterhalten. Weil man weiß es ja immer nicht. Es ist irgendwie so, naja, mal schauen. Des Weiteren nochmal eine ganz kurze Info. Und zwar aktuell läuft ja der FarmExperte. Das wird kommen. Dann der Baustellensimulator, der wird auch noch kommen. Ab Montag startet ein neues Minecraft Projekt. Ich überlege noch, ob ich bis Sonntag noch einen McSunday hinkriege. Weil der steht ja auf jeden Fall auch wieder an. Und ja, da gibt es dann ganz viele Infos und alles weitere. Und ja, so sieht es erstmal aus. In diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns oder hören uns heute Abend auf jeden Fall. Und ich freue mich auf euch. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin. Tschüss, euer Maggie. Bing. Bing.